Grüß euch, ich bin Dekra hier. Es gibt zwei neue Helden, unüblich für einen Sonntag. Zwei neue Garnisonswächter im Goblin-Portal, über die werde ich dann noch sprechen. Vielleicht nicht ganz so genau wie allgemein meine Heldenvorstellungen, weil die sind recht komplex und ich habe eigentlich nicht vor, sich so extrem detail vorzustellen, aber das kommt auf jeden Fall noch. Zuerst freue ich mich jetzt darüber, dass ich im Turm weiterhin ganz vorn mitspielen kann. Nicht nur das, sondern ich habe den aktuellen Turm gewonnen, haben vielleicht schon die ein oder anderen Zuschauer gesehen. Mir macht es Spaß. Noch habe ich entsprechend die Helden dafür und genau das war eigentlich das Argument, warum ich dieses Mal dann doch ziemlich durchzogen habe. Also ich sage, es klingt jetzt ein bisschen überheblich, wenn ich eh gewonnen habe, dass ich sage, es würde mehr gehen. Das ist aber unter den Spielern, die ganz vorn da mitkämpfen, um die allervordersten Plätze, ist das immer eine schwierige Gratwanderung, weil je mehr vor allem Turmflaschen ich da einsetze und je mehr Schriftrollen damit gleichzeitig, desto höher kann ich natürlich den Score noch ein bisschen rauf treiben. Gleichzeitig weiß ich aber nicht, was die ganzen anderen, ich sage einmal, Hauptkonkurrenten da machen. Und von den Hauptkonkurrenten, ja, Lilikil hat ein super Resultat da gehabt, ist normal jetzt nicht einer von den ganzen, also so weit, gratuliere ich auf jeden Fall, er schaut öfters zu, starke Leistung auf jeden Fall und natürlich muss ich dann in Zukunft auf ihn mehr aufpassen. Tatsächlich ist es so, dass es vier, fünf Gegner gibt, das ist Klops, Karloana, Mr. Random und dann manchmal sozusagen aus dem eigenen Stall, das Aria oder theoretisch Krimia, könnte es vielleicht auch, dass die ganz vorn mitmischen. Ich glaube, da ist es sichtbar irgendwo. Wie heißt dieser Account noch, auf den ich jetzt noch raus will, wer da auch noch mitmischen kann manchmal. Jetzt sehe ich ihn nicht, hat er da, Our Last Dance hat natürlich einen mega, mega, mega Account. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob der das selbst spült, wenn er ganz vorn ist, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das nicht unter Mr. Random vielleicht fällt. Ah, genau, Stefan habe ich noch vergessen, der ist auch oft vorn dabei. Und jedenfalls habe ich davor schon gewusst, dass der ein oder andere nicht ganz durchkämpft. Karloana hat sich früh gezeigt und interessanterweise bei Stefano, der hat zwar, jetzt würde man sagen, okay, die Konkurrenz hat vielleicht jetzt nicht unbedingt Vollgas probiert. Bei Stefano ist es lustig zum Zuhören vielleicht, für ihn war es nicht lustig. Der hat geglaubt, dass der Turm wie sonst auch meistens bis Montag in der Früh geht und deshalb hat er seine Angriffe nicht fertig gemacht. Wäre aber, also ich habe an seinen Endscore gehört, dass er ungefähr bei 2,375 gelandet wäre. Also es wäre sich nicht ganz ausgegangen. Nein, wie gesagt, ich habe, nein, das habe ich noch gar nicht gesagt, mein eigentliches großes Ziel noch, sage ich mal, das letzte offene Ziel so in der Art wäre, ich würde gerne den nächsten Ninja-Turm gewinnen. Es waren Ninjas im Beta-Test und der Turm dazu sollte halt irgendwann, nachdem das nächste Update kommt, das ist aber glaube ich erst im August, ist nicht ganz sicher, aber ich glaube erst im August kommt das, dann sollte halt irgendwann Ende August, Mitte August der Ninja-Turm kommen und der fehlt mir nämlich in der Sammlung. Also das war jetzt mein siebter Turm, den ich gewonnen habe, aber eben noch kein Ninja-Turm. Deswegen sind meine, wenn ich kurz rausgehe, auf die Ressourcen, die wichtig sind. Im Endeffekt geht es wirklich absolut nur um, jetzt sagen wir nochmal, bei allgemein sind die, glaube ich, die Turmflaschen, um die, um das kleine Turmenergiefläschchen. Und das ist jetzt, sagen wir mal, die wertvollste Ressource, weil man es nicht noch belieben nachkaufen kann. Und das zweite, halt ganz wertvolle natürlich, sind die Schriftrollen. Habe ich jetzt noch 197, die brauche ich aber, wenn ich wirklich ganz mit allen Fly, also wenn ich ganz aggressiv reingehe. Dieses Mal waren es, glaube ich, ungefähr 150 Schriftrollen, die ich benutzt habe. Und die habe ich eben aufgespart gehabt, was ja auch relativ verglichen mit der Zukunft noch recht leicht gegangen ist, weil ja bisher, halt, was ist da los? Na gut, einmal blockiert, weil ihr bisher im, puh, jetzt muss ich, glaube ich, unterbrechen und zusammenschneiden, wenn das so weitergeht, wenn das alles so langsam dauert. Ja, ich bin wieder da, leichte Performance-Probleme eigentlich gröbere. Ich hoffe, es wird jetzt da gehen für den Rest vom Video. Also, ich habe jetzt meine Ressourcen gesehen. Wie viel ich brauche, Schriftrollen bisher, wie gesagt, waren halbwegs leicht zu kriegen. Darüber war der Passt der Riesen, den Weg der Riesen. Das ist vorbei. Das heißt, wenn ich nicht mehr, also wieder mehr ausgebe und so gezielt für solche vorne haben, würde ich sehr wohl natürlich ab und zu angewandt kaufen. Ich habe aber nicht so viel, wie man da braucht, um ganz vorn sein zu können. Ja, das habe ich jetzt nicht unbedingt, das kann ich nicht regelmäßig machen. Das heißt, ich habe aufgespart für einen Ninja-Turm und habe aber so ein Lager gehabt, das ich mir gedacht habe, ja, eigentlich sollte ich schon da fast jetzt auch durchziehen, weil wer weiß, wenn der Ninja-Turm im August kommt, was ist, wenn da ein Schlüssel hält, bis der hinkommt, den ich nicht habe und dann war alles umsonst. Und umgekehrt aber, ich habe jetzt diesen Score erreicht, die 2,93 mit 9 Turm-Energieflöschchen. Das heißt, 10 kann man jedes Mal kaufen. Das heißt, im Prinzip habe ich jetzt mehr auf Lager, als ich vor Beginn des Turms gehabt habe. Das wäre, angenommen, ich hätte beliebig Schriftrollen, könnte ich das sozusagen so wiederholen. Natürlich, wenn andere Türme kommen, wo genau die Leute, von denen ich jetzt gesprochen habe, sich ihre Ressourcen aufgespart haben und dann halt, ich weiß nicht, 20 Turm-Fläschchen benutzen oder halt sonst von irgendwas und halt auch beliebig viele Schriftrollen benutzen. Und dann ist es natürlich schwieriger. Ja, aber genau das habe ich halt beim nächsten Ninja-Turm vor. Das will ich erreichen. Dieses Mal, ja, was kann ich über den Turm so sagen? Die ersten, also der normale Teil und ungefähr bis, na gar nicht ungefähr, bis 10, bis Level 10 von Unmöglich ist im Prinzip gleich wie immer bis jetzt gewesen. Rein von dem, wie er zu spielen ist, wenn man Vollgas auf Punkte spielt. Ja, jetzt kann ich leider nicht mehr zurückschauen auf die Teams, die im normalen Teil und bis dahin gespielt werden. Das sind einfach mehr oder weniger Mono-Teams. Also manche Spieler spielen vielleicht in einer Farbe reingesplasht, einen Hämmer-Task oder einen Schadenteiler und ansonsten eine andere Farbe. Mache ich nicht. Ich spiele einfach Mono bis dahin. Meistens Mono-Rot oder Mono-Blau. Je nachdem eigentlich, ja, wovon hängt es ab? Bisher habe ich teilweise auch Mono-Blau gespielt mit den Sternenläufern. Die funktionieren jetzt aber ja nicht mehr so mit Überschreiben. Deswegen habe ich in großen Bereichen jetzt wieder Mono-Rot gespielt. Das übliche mit doppelt kostümierten Kohlen und so weiter, was man halt so aufstellen kann. Ab dann, ab Level 10, unmöglich, geht es halt los damit, dass als erstes Mal schon ab Level 9 ist es erschwert, dass man mehrere Helden einer Farbe spielt. Das hat sich zwar, da haben sich einige nicht davon abhalten lassen, trotzdem zu spielen. Da sind einfach so mächtige Helden zusammengestellt, dass das scheinbar trotzdem funktioniert. Also mehrere Spieler haben das gemacht. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, dass man zuletzt, wenn man voll auf Punkte gespielt hat, genau diese Helden, Pfefferflamme, Sternenläufer und so weiter, nicht nur gespielt hat, ihr seht, ich habe eine da jetzt gespielt, eine Pfefferflamme, sondern auch noch eben das ausgenutzt hat, dass das Überschreiben Schaden gemacht hat. Das heißt, da waren die Teams voll mit, wer immer halt sie gehabt hat, mit Pop-Hit, Pfefferflamme waren die Nummer 1 und 2, und dann halt, Pfefferflamme war Nummer 1, Pop-Hit 2, und Sternenläufer Nummer 3 an Helden, was so gespielt worden ist. Ihr seht, Pfefferflamme ist noch immer ein sehr starker Held. Das ist ein Blödsinn, dass sie jetzt schlecht oder irgendwas ist. Sie ist halt nicht mehr ganz so unfair, wie sie vorher war, vor diesem Nerf. Und in dem Team kann, oder generell kann man das halt nur mehr mit Umständen, also nicht mehr ganz leicht ausnutzen, diese Fähigkeit. Das zweite große Hindernis ist jetzt verglichen mit früheren Zeiten, mit vor, also ich glaube, das war ungefähr drei Monaten oder zwei Monaten war das, bei einem Update, so mehr oder weniger nebenbei erwähnt, dass die Mana-Generierung ein bisschen geändert wird, und zwar Mana-Boosts, so wie sie das Wächter-Nilpferd liefert, aber auch zum Beispiel so wie die Mana-Boni im Spiel, also im Laufe des Turms, also ihr wisst, diese so und so viel Plus-Prozent-Mana. Aber diese Boni funktionieren nur mehr auf Steine, die kombiniert werden, nicht mehr auf Specials und nicht mehr, vor allem eben nicht mehr auf diese 5%, die man im Turm kriegt. Also da kriegt man ja pro, wenn man die entsprechenden Blessings nimmt, das sind ganz entscheidende, da kriegt man ja dann, die kann man zweimal nehmen, wenn man beide genommen hat, kriegt man 10% Mana für jeden Helden pro Special, das man ausgeführt hat. Und die werden eben jetzt auch nicht mehr erhöht über solche Fähigkeiten. Und auch nicht nur die, sondern auch beispielsweise das Mana von Mana-Tränken oder von Wirbelwinden oder von Tornados, also Entschuldigung, von Hurricanes, immer das englische Wort, Englisch, Wirbelwind, Tornado, Hurricane, Hurricanes. Also nicht in echt oder so, sondern im Spiel. Das war jedenfalls schon ein Schwernis. Und wenn ich das so zusammenfasse, bin ich eigentlich schon sehr zufrieden, sage ich einmal, dass ich die 2,390 erreichen habe können, weil zuletzt waren, ich glaube, der Sieger das letzte Mal hat 2,375 oder so gehabt. Das vorletzte Mal war der Rekordwert mit 2,414. Und ich habe den drittletzten gewonnen, also das ist der fünfte Turm, den ersten, weiß ich jetzt nicht, wer den gewonnen hat, den zweiten habe ich mit 2,379 gewonnen. Und jetzt 2,390, aber wie gesagt unter erschwerten Bedingungen. Und vor allem die höchsten Levels, jetzt rein als Anhaltspunkt, wenn jemand wissen will, wie viel man pro Level ungefähr machen soll, wer jedes Mal wieder gefragt, erst vorgestern bin ich wieder gefragt worden von wem, aber regelmäßig gibt es das. Also, ich würde einmal sagen, ungefähr die ersten fünf Levels sollte man als Ziel haben, also, nein, Mann, es ist mir ganz klar, dass das fast niemand so spielt und fast niemand realistisch dieses Ziel hat, weil, jetzt braucht man nur schauen, sind vielleicht da jetzt 15 Spieler, die abgeschlossen haben, in einem Bereich, der ungefähr so gespielt war, eben auf Vollpunkte. Andere vielleicht werden schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sowohl ressourcentechnisch, das auch vom Know-how her probiert haben, was gegangen ist. Aber jedenfalls so, wie es ich spiele, ist das Ziel, erste fünf Levels 22.500 Punkte in etwa, dann Level 6 bis 15 ungefähr 33.500 und das sage ich, sind aber eher Minimumpunkte. Also die ersten 22.500, das erreiche ich nicht immer, aber die 33.500 erreiche ich eigentlich ziemlich immer. Und dann ab Level 16 normal bis Level 10 schwer oder unmöglich hast, was natürlich alles andere als unmöglich ist, sollte das Ziel sein, so 51.000, natürlich geht es nicht immer, also ich habe ein Level dabei gehabt mit unter 50 und drei Levels, nein, vier Levels mit 50 irgendwas von diesen 20 Levels so. Aber das Ziel ist 51.000, Höchstwert war da jetzt zum Beispiel 53.000 gewesen bei mir. Und dann für die letzten 15 Levels ist irgendwie das Ziel sind 60.000. Und also unter 60 ist enttäuschend, zweimal ist es passiert, unter 15 Mal und einen Schnitt habe ich immerhin rausgekriegt von 61.160. Ja, gut, das sind jetzt nur so ein paar Anhaltspunkte. Ich habe jetzt gegenüber dem Team, das ich das letzte Mal gespielt habe und so ungefähr solche Teams haben viele gespielt, habe ich einfach meinen Sternenläufer ersetzt durch Demilun und ich habe die neunköpfige Bestie reingebracht, wo vorher, wie heißt die Christine da eh, gestanden ist. Das Team so hat noch mehr Power, weil ich zwei Wachstumshelden dabei habe, Demilun und Pophead. Hat aber natürlich den Nachteil, dass am Weg zur Bosswelle, dass es schwieriger ist, die Wellen wegzuräumen, weil man halt nicht auf diesen, auf den Überschreibungseffekt mehr vertrauen kann. In Summe hat es sich aber ähnlich stark gespielt. Einfach das Wachstum über beide, ich habe nur eine Pfefferflamme gehabt, manche haben, wer zwei gehabt hat, hat beide spielen können, hat trotzdem Wachstum und alles gehabt, was man so brauchen kann. Ja, also das hat sich für mein Empfinden richtig bequem gespielt. Umso interessanter finde ich es, so wie Lillekill einen völlig unterschiedlichen Ansatz. Also fast Mono, natürlich muss der seine Schriftrollen dann auf Blau spielen und halt hoffen, glaube ich, also ich glaube fast, er braucht einige blaue Steine auch sonst an Bord, dass das richtig gut wird. Aber ich habe es nicht gesehen. Also generell er kennt die Strategien, die man sonst so spielen kann. Das heißt, es wird einen Grund haben, warum er das gespielt hat. Gut, ihn bräuchten wir halt zum Beispiel, dass ich. Ja, und da mit Lila so ein Versuch. Ja, ich glaube schon, dass meine Variante die stabilere ist. Die hat nämlich folgenden Vorteil. Einerseits geht es natürlich viel darum, wie schnell man das Level abschließt. Andererseits aber um die Größe der Kombo. Und wenn man so ganz vorne spielt, spielt man immer nur einen Zug pro Level. Ich habe insgesamt dieses Mal wirklich, wenn ich so Volllaufpunkte spiele, von den 50 Levels, habe ich nur, ich glaube, dreimal zwei Züge gemacht. Und das wirklich nur, weil es sich ergeben hat, irgendwie, ja, okay, der Zug, ah, und das liegt nur ein Diamant, super, riesen Kombo, macht Sinn. Und so habe ich es halt gemacht. Wenn man nur einen Zug spielt, wie bin ich jetzt rausgefunden, warum das gut ist? Genau, muss man natürlich schauen, dass der möglichst groß ist und dass der noch Möglichkeiten, also meistens, nicht meistens, aber doch meistens eigentlich. Ich sage von den 50 Mal sicher 35 bis 40 Mal, weil es ein ausgelöster Diamant, wenn nicht noch öfter. Den Diamanten bildet man, entweder weil er zufällig entsteht im Rahmen der Wirbelwinde oder so, oder meistens, indem man auf die Farbe, die man spielt, Schriftrollen spielt. Und dann entsteht einfach, ihr kennt das von mythischen Titanen, da entstehen dann oft Diamanten. Und die Diamanten kann man halt dann zünden und kriegt eine riesige Kombo dadurch hoffentlich, oder dann die Steine vom Diamanten sind halt meistens irgendwas 10 oder so, und dann sollten nur zwei, drei andere Kombos sein. Ich sage, ob Kombo 15 oder so ist es sinnvoll, wenn man ganz vorn mitspielen will. Ja, so funktioniert das. Der Vorteil ist jetzt, wenn ich da fünffarbig spiele, theoretisch ging es auch, wobei die beiden Helden sind glaube ich schon Schlüsselhelden, die Bestie und das Nilpferd. Jedenfalls habe ich vier von fünf Farben, in denen ich meinen Diamanten bilden kann, weil wenn ich aus irgendeinem Grund, wenn das Bad so ausschaut, da liegen jetzt 13 grüne Steine, dann kann ich meine Schriftrolle auf grün spielen, kriege sehr oft einen Diamanten davon und kann halt den auslösen und habe eine fette Kombo und den Rest kann man halt über Gegenstände und so weiter laden von den Helden. Also das ist halt der Grund, warum ich glaube, dass ich schon mit dem stabiler durchkomme. Das heißt, mit so einem Team einfärbe ich, egal ob das oder das, wenn die Steine in der Farbe da sind, dann kann es schon sein, dass man noch schneller durchkommt und dass es vielleicht noch mächtiger ist, aber man braucht sicher mehr Replays, um diese Boards zu kriegen. So, also mir taugt es, dass das so ausgegangen ist für mich und jetzt geht es noch zur vielleicht nicht ganz so genauen Heldenvorstellung wie sonst. Beide diese neuen Helden, beide, Jokanta und Theodosius, gehören zur Garnisonswachenfamilie. Ihr wisst es, sie beginnen mit einem Lakaien, empfinden sie als einen der wirklich cooleren Familienboni. Beides ist wertvoll. Also sowohl der Schaden von Anfang an, das ist immer, finde ich, halt persönlich besonders wertvoll bei blutigen Kampfturnieren, aber ganz allgemein kann Schaden nie, kann Schaden nie schaden, außer beim Gegner, dem Schadens. Noch wichtiger ist vielleicht, oder noch wertvoller ist die Überheilung zu Beginn. Wir haben beide, und jetzt schauen wir, Jokanta, was jetzt ist, sonst auch beide haben, den Wächterangriff. Alle vier Runden werden alle verwelken Effekte von Alliierten entfernt. Ich habe jedes Mal, wenn ich darüber geredet habe, gesagt, ja, es gibt nicht so viele solche Helden, die das haben, also die verwelken haben und regelmäßig in den Devs aufgestellt werden, aber gut, ein Plus ist es natürlich, wenn man auf so einen trifft, kann man extra so einen Garnisonswächter benutzen. Jetzt haben wir da teilweise neue Passives, Mana-Reduktion widerstehen, der Charakter, deine angeborene Widerstandsfähigkeit ging direkt, die Mana-Reduktion. Jetzt schauen wir nochmal, haben das alle Garnisonswächter, das ist jetzt meine Frage, oder nur die neuen, doch haben wir alle gewasst, das war ja im letzten Buff dabei. Das ist natürlich, oder soll indirekt, also einerseits schon diese Helden wertvoll machen, andererseits soll das aber hauptsächlich ein Buff für Mana sein, die halt bei den vorderen Devs schon ziemlich ungut ist, so wie Luna bisher, nur Mana ist noch, übt noch mehr Druck aus und hat eine neue Restats und so weiter, hat die Haut, also Mana ist einfach richtig gut und das soll ein versteckter Nerf dafür sein. Gleichzeitig wird der Held wertvoller, aber nochmal, das ist nur gegen ganz bestimmte Helden wertvoll, also wenn man irgendwo sonst vielleicht gegen Waterpip spielt, ja, dann wäre es auch, ja, ein paar andere Helden gibt es, aber das sind so die häufigsten wahrscheinlich. Gut, sehr schnell, taugt man sehr, hat man zwischenzeitlich, wie, ja, da brauche ich ja nicht sagen, das saugt man schon sehr, vor allem jetzt bei den 5-Stern-Truppen ist es ja wieder so, meistens spielen die Leute ja schnelle Helden jetzt auch mit 5-Stern-Truppen, sollte man, wenn man sie hat und in vielen Kombinationen kriegt man sie dann nicht auf 7 Steine und wenn man 8 Steine spielen muss, dann ist es oft auch schon gleich viel wert wie auf 9 Steine, auf 3 Kombos. Was hat das mit sehr schnell zu tun? Sehr schnell sind einfach immer auch mit den 5-Stern-Truppen die 6 Steine, das ist einiges wert. Der Angriff umgeht, Defensiv-Bony schließt auch Gegenangriffe ein, ja, fein, verursacht 300% Schaden am Ziel und 2 zufälligen Gegnern und jeder Treffer verkürzt die Dauer aller Statuseffekt-Bony beim getroffenen Gegner um einen Zug. Ich weiß nicht, ob ich das erklären muss, ja, das erste Ziel kann man sich aussuchen, 300% Schaden darauf und dann 2 zufällige Gegner, es steht jetzt nichts davon, 2 andere oder irgendwie, ich hoffe, das steht nicht auf Englisch und ich habe es da jetzt falsch da, also das wie bei Gestalt zum Beispiel, da steht 3 zufällige Gegner, Gestalt macht 300% Schaden, glaube ich, auf 3 zufällige Gegner. Das bedeutet aber natürlich, wenn es nur einen Gegner gibt, egal ob das jetzt ein Titan oder sonst irgendetwas, nur ein Held, der bei den Gegnern steht oder eben ein Held mit Verspotten drauf, dann treffen alle 3 Schüsse halt genau den Anhelden und in solchen Situationen ist es dann halt schon oft noch mehr wert. In normalen Situationen, wenn beim Gegner alles steht, wenn nichts Besonderes anzutreffen ist, dann sind so Zufällsschüsse, ja, nicht überragend, sage ich einmal, weil man kann Schaden eben nicht gezielt bündeln, es ist zufällig, was passiert. Wie immer, wenn sowas in der DEF ist, sind zufällige Geschichten oft genauso gut oder können noch besser sein, gleichzeitig weiß ich aber nicht, ob jetzt wirklich, auch wenn es sehr schnell ist in der DEF ist dieser Unterschied von diesen genauen Cuts, 6 Steine, 7, 8 Steine, das gibt es in der DEF nicht auf die Ort. Da sind sehr schnelle Helden, zwar natürlich schon schneller als schnelle Helden, aber nicht so entscheidend viel, das sind, ja, je nachdem wie die Steine fallen, sind das 1-2 Runden halt, kann was wert sein, aber wenn das Special vom schnellen Helden entsprechend stärker ist und das wird schon oft der Fall sein, ich glaube jetzt persönlich eher nicht, dass Iwakanta für die DEF besonders stark wird. Was jetzt interessant ist, jeder Treffer verkürzte Dauer aller Statuseffekt, Boni beim getroffenen Gegner um einen Zug, ja, wir könnten uns einmal durchschauen, ich hoffe das jetzt gerade nicht ladet, ja, passt, jetzt sollte ein bisschen reinkommen, schauen wir uns einmal in der Einzelrangliste an, global, was da so für Helden stehen. Okay, Mena, musst du aber erst mal zum Auslösen kommen, das ist bei Mena immer ein Problem, doch, ja, das kann man glaube ich nicht als typisches Ziel hernehmen, sondern, ja, sowas kann sie verringern, kein Ziel von Zaubersprüchen, ja, ich meine, ich glaube, so richtig, dadurch, dass das zufällige Ziele sind bis auf das Erste, glaube ich, dass der Effekt jetzt nicht der allerwüteste, der allerentscheidendste ist im Angriff, sehr wohl, aber natürlich eben gegen einen Donter, nicht nur, dass dieser ist ein Verspotter, nicht nur, dass der 3x300% Schaden kriegt, selbst wenn er das nur überlebt, A, es umgeht Defensivpony, wenn wir uns daran erinnern, von den Verspottern haben sehr viele Helden Defensivpony, egal, Ludwig, Schutz, besonders für Verteidigung gegenüber Specials, oder ein Krampus, besonders für, ich glaube, generell Verteidigungsboost, der nicht entfernbar ist. Und das ist ja, nachdem, da steht ja extra, oder, ist das da also bei allen Betroffenen, betrifft sowohl entfernbar als auch nicht entfernbare Statuseffektpony. Würde theoretisch also auch bei einem Oniwa Camaro funktionieren, wird in der Praxis nicht passieren, aber ja, theoretisch wird das gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie begeistert ich jetzt von ihrer Kanter sein soll, die Stats natürlich sind ganz neu und angriffslastig, was für so einen Schadenshelden gut ist, Special Boost auch noch einmal gut, das passt alles. Sehr schnelle Helden habe ich vor langer Zeit, wie die Helden weniger ausgehalten haben, und im Verhältnis der Schaden halt dann höher war von den Specials, hätte ich einen, oder habe ich manchmal welche, so mit 300% Schaden und sonst fast gar nichts, habe ich manchmal gespielt, weil es wirklich, weil mein Account noch nicht so stark war, zum Ausschalten vom Tank, bevor er auslöst. Das war immer das Ziel, dass ich, ich weiß nicht, ein Angriffs-Stack, oft hat der schon ein bisschen Schaden gemacht, und da hat das dann oft gereicht, so irgendwas, und ja, das ist natürlich lang vorbei. Und jetzt, ich sage einmal, schlecht ist sie auf keinen Fall, sie ist schon eine gute Heldin, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie so ein Übermonster ist, beziehungsweise sehe ich jetzt keine Funktion, wie ich sie leicht einsetzen kann, wo sie mir, wie soll man sagen, dass sie gut ins Team passt. Sie ist universell gut. Also wenn ich sage, in dem Portal zum Beispiel anderer Helden, der universell sehr stark ist, wäre jetzt Schimmerschuppe, auch über den Lakaien, der entsteht, und zwar richtig, richtig gut erhält. Ich meine, Schimmerschuppe, dadurch hat der Schaden gepünkt, das kann man natürlich sehr wohl gut in den Angriffs-Stack einbauen, aber ich glaube, dass das Helden sind, die auch vielleicht teilweise, ja, ich glaube, was ich jetzt sagen will, ist ja Blödsinn, ich wollte sagen, die vielleicht einfach in so ein quasi ein Haufen Team aus lauter guten Helden reinpassen, aber das stimmt eigentlich gar nicht bei der Art Special. Das wird beim anderen bei Schimmerschuppe eher passen, das spiele ich gerne in so ein Team mit vielen Heilern, und ein, zwei Helden, die Schaden machen durch Schimmerschuppe mit dem Lakaien, der dann zuschlagt, was Feines. Bei ihr, naja, also noch einmal, offensichtlich einmal ist es prinzipiell eine gute Heldin, aber persönlich würde ich mir schwer tun, wie ich sie konkret einsetze. Was nicht heißt, dass wenn die natürlich, wenn man sie hat und sie ist doppelt gepragett, dann wird sie wahrscheinlich in den meisten Teams irgendwie was Sinnvolles machen können. Aber so richtig, richtig, ja, finde ich es halt dann auch nicht für irgendeinen, für einen bestimmten Nutzen, dass ich sage, da ist sie gerade besonders stark. Aber täusche ich mich gerne oder ungern, eigentlich täusche ich mich ungern, weil ich sie wahrscheinlich nicht kriegen werde, und generell habe ich gerne recht. Ja, belassen wir es dabei, sonst sind wir, weil ich gesagt habe, ich will es eher schneller durchziehen. Jetzt noch Theodosius, das ist wieder ein richtiger Klassiker von einem Helden, er ist langsam, und sie probieren, das möglichst auszureizen, dass er so stark wird, dass er einerseits für Rush richtig gut ist, und andererseits aber vielleicht auch stark genug, dass man teilweise so spielen kann, in normalen Geschwindigkeiten, einfach weil das Special dann so mächtig ist, und aufgrund der Garnisonswachenfamilie hat er ja von Anfang an zumindest 20% Lebenspunkte mehr, und hat halt größere Chancen, auch ihn langsam noch zum Auslösen zu kommen, als sonst. Ja, beginnen wir mit, schauen wir uns einmal die Passivs da zuerst an, das können wir schon, das können wir auch schon Mana-Reduktion widerstehen. Jetzt aber da noch interessant, sie probieren das eben wirklich, die langsamen Helden da möglich, sonst damit einen Mana-Bonus noch irgendwie richtig gut spielbar zu machen. Mana bei Erlitten an negativer Statusänderung, dieser Charakter erhält 5% Mana, wenn er eine negative Statusänderung oder einen negativen Stapler erhält. Das wird im Angriff, glaube ich, schon relativ leicht möglich sein, gegen banche Teams, ihn auf 9 Steine so zu bringen. Mit Klasse, ich muss gestehen, ich habe es mir nicht durchgerechnet, normal, was braucht man? Naja, man braucht 9 Steine, weil langsam braucht man 34% Mana-Regenerationsbonus, ganz leicht wird es nicht. Aber ich glaube, wenn es mich wirklich interessiert, dann rechne es durch, ich bin nicht vorbereitet drauf. Aber ich schätze einmal, wenn das zweimal auslöst, sollte man ihn auf 9 Steinen haben. Die Frage ist, ob man gerne die TV auslösen lässt. Aber gerade, wenn das irgendein Held ist, ein Weichhali oder so, wo schnell ein Malus, wobei da ist wieder ein Mana-Di-Berfahr drauf, da bringt es nicht viel. Also es gibt auf jeden Fall ein paar so Helden, aber ich würde jetzt nicht extra gezielt mich freuen, wie soll man sagen, ja, natürlich ist es besser, man hat das wie ich halt das nicht, aber so mächtig finde ich es jetzt in der Form da nicht. Mächtig vielleicht schon interessant, noch haben wir jetzt zusätzlichen Mana-Boost in der Rush-Dev. Also wir kommen dann zum Special noch. Ich glaube, dass Theodosius da ein guter Kandidat ist mit allem, was er macht und das ist natürlich noch ein mehr Bonus dann. Okay, Verteidigungsverstärkung. Jetzt in dem Zusammenhang mit Verteidigungsverstärkung ist so interessant, die Stats sich anzuschauen, weil auch bei ihm sind natürlich 150 Angriffspunkte dabei bei den Meisterwappen und wenn man sich dann die Stats anschaut, trotzdem weniger als Def, das heißt, er hat sehr, sehr defensive Stats. Ja, ganz so sehr ist es gar nicht. Das kann ja vielleicht sein, dass der linke Pfad bei den Mönchen da eher Def-lastig ist, wenig angriffslastig, aber allgemein schon hat er für einen neuen Helden relativ wenig Angriff, relativ viel Verteidigung. Wenn ich mir jetzt anschaue, er verursacht 450% Schaden bei allen Gegnern, bei den neuen Helden, das ist gleich einmal etwas Feines für überall, was um maximalen Schaden geht. Gerade weil ich vorher beim Turm war, da sind so Helden mit maximalem Schaden natürlich grundsätzlich etwas ganz Feines. Es ist nur schwierig, gerade in meiner Team-Konstellation, ob ich da überhaupt einen Platz finden würde, weil Wachstum ist noch wichtiger und wenn ich da eben Pfefferflamme und Demilin schon drin habe, dann Hämmer-Task ist entscheidend und ich glaube einfach, dass die neunköpfige Beste auch ganz entscheidend ist. Einerseits, weil sie Angriffsboost dazu macht, 40% Angriffsboost gibt, was perfekt ist für einen Turm. Andererseits, weil da oft passiert, durch Kombos und so, die entstehen, dass die Gegner asymmetrischen Schaden kriegen und wenn dann auf einer Seite nur mehr ein Held steht, der fast volles Leben hat und vielleicht noch ein zweiter irgendwo auf der anderen Seite, dann ist es mächtiger mit der neunköpfigen Bestie als wenn man mit was anderem zu hat. Gut, Schaden auf alle ist natürlich auch fein, aber die neunköpfige Bestie trifft wahrscheinlich dann macht noch mehr Schaden bei den einzelnen Helden als sowas. Ja, nichtsdestotrotz prinzipiell was Feines für sowas eben, wie gesagt, bei Maximalschaden. Maximalschaden ist natürlich auch ganz fein, generell in Rush sowieso, weil man überall ist es fein, wenn der Maximalschaden hoch ist, aber das sind die Gebiete, was besonders wichtig ist. Also verkürzte Dauer der aktiven Statusänderungen aller Verbündeten um drei Zug. Ganz super übersetzt, verkürzt um drei Zug. Jetzt muss man in dem Fall, ich meine, auch wenn es ganz sicher ist, es sind sicher nur die negativen Statusänderungen, aber in dem Fall muss man leider auf Englisch umstellen. Jetzt kann ich ja noch einmal doch halt schauen, ob das per Jahr, ja, ein Tournamental ist, das ist so. Reduce the duration of all enemies damals of all active Status elements, also nur die negativen Statusveränderungen natürlich. Also, ja, ärgerlich, dass so viele Übersetzungsfehler sind. Man muss einfach immer wieder auf Englisch wechseln. Also, was wird jetzt genau um drei Zug verkürzt. Alles eigentlich, was der Gegner gern hat, alle negativen Statusänderungen bei den eigenen Helden und alle positiven Statusänderungen, alle Boni bei den Gegnern. Und genauso geht es auch auf nicht-entfernbare Effekte und, ja, wird auf null reduziert, dann sind sie weg. Dann noch oben drauf, alle Verbündeten erhalten plus 30% Verteidigung für fünf Züge, alle Gegner erhalten minus 30% Verteidigung für fünf Züge. Also, nochmal, ich finde schon, das schreit danach, dass sie sich bemühen, oder merkt man ja, dass sie das möglichst ausreizen, einen Helden zu erstellen, der langsam ist und trotzdem stark genug, dass man vielleicht sogar überreut, zumindest, aber, dass er so stark ist, dass man sich vielleicht freut, in der Landwehr Rush einzusetzen. Norme, ich glaube, nicht ganz tolle Accounts können den durchaus auch in normaler Geschwindigkeit jetzt spielen. Wenn das Team ein, zwei Heiler dabei hat, dass man, dass man damit rechnen kann, dass, dass die Helden vielleicht lang genug überleben, über den Wächter und so weiter, das funktioniert, glaube ich, gut. Minus 30% Verteidigung, was das jetzt für einen Event-Einsatz betrifft, der kommt darauf an, im Normalfall ist das fast eher ein Nachteil, weil man ja meistens in so einer Event-Situation und Turm-Situation hat man Wilbur Gunnar, so eine Schadensteilung am Start und die haben einen höheren Def dann als Theodosius. Das heißt, ja, und die Wahrscheinlichkeit ist nicht so klein, dass er Special eher langsam ist. Die meisten neueren Helden haben eine langsame Special-Animation, das meine ich ja damit, die Animation dadurch, ob man als letzten Helden gern spielt, das kann ich so jetzt nicht sagen, ohne das Special zu kennen. Aber generell würde ich sagen, für die Rush-Dev ganz bestimmt schirr, wenn der auslöst, egal, auch wenn man geschützt ist, selbst wenn man Don't aktiv hat, er macht nur immer auf den Schaden, nimmt dann den Don't weg und die Gegner kriegen also alles, was negativ drauf ist, verkürzt und ja, plus minus, das ist auf jeden Fall gut. Beschleunigt noch mal extra. Aber im Angriff natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich den als Einzelhelden oder so gar nicht, aber wenn es so einen klassischen doch noch 3 oder in der Praxis jetzt immer öfter 4-1-Angriffsteck in Rush ist es natürlich fein, wenn er so viel Schaden macht. Die Frage ist, wie viel Mehrwert das bringt, weil gerade im 4er-Angriffsteck wird man oft sonst auch durchkommen. Umgekehrt ist aber eher der wertvolle Endzauberer, also der, ja, keine Frage, ist für Rush ein toller Held. Ich selbst, ihr seht es, 29 habe ich aufgespart gehabt, eine Beschwerung habe ich jetzt gekriegt über die Wochenangebote, wo man, wisst ihr, wo man jedes, jeden Tag aus dem Shop abholt, waren jetzt 50 Münzen drin, ja, 2 kommen noch dazu. Ich werde, glaube ich, schon beschweren. Ich warte jetzt mal bis zum Ende des Portals, es sind zwar neue Helden vorgestellt, im Prinzip sind beide für was gut, auch wenn ich bei Jocanta mir persönlich jetzt noch nicht ganz sicher bin, wo ich es wie einsetzen würde, aber rein von den Fähigkeiten her muss sie eine gute Heldin sein. so werde ich das machen. Rush krieg haben wir gerade gehabt, der sollte gleich vorbei sein. Dieses Mal haben wir, glaube ich, stärkere Gegner kriegt, ja, es ist, glaube ich, doch auch schon entschieden, also haben wir auch noch mal viel, es ist doch auch recht klar ausgegangen. Was ich herzange, mir ist es gut gegangen, 6 One-Shots und jedes Mal, übrigens nicht jedes Mal, das letzte, den letzten Angriff habe ich mit so einem richtig, sagen wir, coolen Rush, mit allen starken Helden, die es da so gibt, kombiniert, ich glaube, vier vier habe ich gespielt. Die anderen fünf, aber alle tatsächlich mit 4-1 da jetzt, sind natürlich nicht die aller brutalsten Rush-Devs, die es gibt, aber schlecht sind sie auch nicht, wenn man da so solche Devs, die sind schon, ja, die ist nicht so, aber prinzipiell schon ernst zu nehmen, aber die meisten Devs da haben nicht mehr diese, wie soll ich mal sagen, den, man hat als Angreifer nicht mehr unbedingt den Zwang, sofort irgendwie den Gegner irgendwas zu verhindern, also verhindern zu müssen. Wenn da wie früher Alfricke steht, dann muss ich irgendwas dagegen mitnehmen, muss eben einen Alpha don't oder nur don't oder muss irgendwas, das zurückwirft oder irgendwas gegen Alfricke dabei haben. Es hat dann genug Antworten drauf gegeben, also ich würde es nicht damit sagen, dass der Alfricke weg der Bessere ist. Es gibt genug Antworten drauf, aber wenn gar nichts derartiges drin ist, das irgendwie mich im Aufbau zerstört, bevor ich das jetzt fertig sage, den Gedanken, da ist sowohl sowas drin, zwei Citrusholz können den Aufbau zerstören, also das, da wirkt das nicht so gut, aber wenn gar nichts so drin ist, das einen schädigt, dann habe ich ja automatisch auch eine gewisse Zeit, meine sechs Steine zu finden, wenn ich vier eins spiele. Und in dem Fall, ich habe jeden Angriff gemacht, also vier von die fünf halt, äh, fünf von die sechs, Entschuldigung, mit halt einfach vier möglichst durchschlagskräftigen Angreifern, die natürlich Entzauberung dabei haben und so, ist ja kein Problem, wenn ich vier Plätze habe, dann habe ich teilweise sogar zwei dafür für Entzauberung dabei, wenn ich gegen Ludwig spiele. Und der fünfte Held ist im Normalfall einfach irgendein Heiler, der je nachdem, was für mich besser ist, bei mir reinigt oder beim Gegner entzaubert, beziehungsweise spiele ich da auch Annabelle, die beides gleichzeitig tut. Wie ich jetzt nicht sagen, kann natürlich ein Ausreißer gewesen sein, ich will nicht sagen, dass das immer das Tollste ist. Natürlich können so ganz spezialisierte Rush-Angriffsteams eben mit allen Gemeinheiten, die es so gibt, auch funktionieren. Ich habe da zum Beispiel jetzt in dem anderen Angriffsteam habe ich eine von Ludwig gebauerte Alfrike am Start gehabt und die hat mir das dann gewonnen, obwohl es eigentlich schon ziemlich schlecht ausgeschaut hat. Ja, na gut, das war noch ein kurzer Ausflug, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es wird schon irgendwas wieder kommen, macht es gut, schöne Woche.